... unserem Hündchen doch mal diese Leine an. Nicht Vergnügen. Mach Platz! Platz! Ja, bellen kann sie auch schon ganz gut. So ist brav, Hasso. So ist das brav. Jetzt gehen wir ein bisschen Gassi. Das muss ein bisschen straff gemacht werden, damit sie auch nicht davonläuft. Gib mal auf Hündchen, Hasso. Gib mal auf Hündchen. Gib auf Hündchen. Hündchen. Ja. Und wieder Platz. So, wo haben wir denn das kleine Bellchen? Hier ist es. Nun werden wir ein bisschen Apoche spielen. Hoppla! Haben wir das Bellchen? So. Hup! 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 Hup!